Verkackt mal nicht gegen die Piraten hier unten. Gute Nacht ein Schlafgut. Gute Nacht ein Schlafgut. Gute Nacht ein Schlafgut. Gute Nacht ein Schlafgut. Wenn ihr genug erkundet, dann schnell genug erkundet, kann ich ja noch da oben rein. Intellectual booty. Hä? Das kristalline Verderben bleibt irgendwie auf der Kolonie hier bestehen, obwohl ich das Wesens versiegt habe. Und dadurch gibt es halt kein Wachstum hier. Vielleicht ist da unten einfach noch so ein Kern oder so, der böse ist. Immer dieser böse Kern. Muss noch tiefer graben. Ja, aber dann musst du das Herz oder so zerstören. Ich glaube nicht, dass es dafür ein Situationsprotokoll gibt. Dann teile ich auch nichts. Vermutlich ein Bug. Vermutlich. Das ist das einzige, was ich da machen kann. Ah ne, jetzt ist es weg. Gut. Ah ne, es ist nicht, das war die falsche Kolonie. Dann verlassen wir die Kolonie einfach. Weil bringt ja nichts, wenn Wachstum minus 100% ist. Bewohnerrückgang 100% und Anziehung von Minimation minus 1000% kann ich ja niemanden da drauf setzen. Kommt ja keiner. Aber kannst du die nicht einfach rüberschicken? Zwangs rüberschicken. Ja. Weil der Unterhalt ist ja minus 100% so. Also das ist eigentlich eine richtig geile Welt, wenn du Leute draufkriegst. Wenn es funktioniert. Genau. Das musst du rausfinden. Okay. Wir werden immer stärker werden. Ja. Ihr habt hier Arbeitslose. Irgendwas konnten sie an dem System noch erforschen. Es gibt eine Anomalie hier. Aber nur wegen einem kleinen Objekt, was in der... ...im Orbit rumlungert. Und... ... 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 Wenn ihr schon dabei seid, dann könnte er auch wieder eine Armee aufbauen. Tjanki bekämpfen Pro Leben, Tjanki sollen leben Das ist natürlich ein Wurmloch in dem Gebiet Kann Wurmlochreisen erforschen? Kann man, also kann ich Ne hab ich noch nicht Das ist eine seltene Forderung Durch den Perk da, dass man seltene Forderungen trinken kann Ja, ich stehe total drink Ach, alles gut Und wie läuft so dein Krieg? Genau, wir können Schön Malerweise beginnt so früh eigentlich nicht So früh? Es ist doch schon voll weit im Spiel Wir haben schon Jahr 2263 Fängt mal an? 2200 Wir haben schon 63 Jahre hinter uns Das ist sehr frustrierend wie lange man den Wurm bekämpft War ja so gesehen kein Wurm War ein Kristallwesen Was irgendwo im Boden darum gelungert hat Naja, wir sind knapp an Nahrung Ich kaufe halt ein bisschen Nicht so speziell, war es? Guten Abend Wolfga, ich grüße dich Naja, du hast ja was gekriegt Null Unterkosten für Corona Toll, oder? Super 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 Du bist nur das letzte Schiff Was am Morgen, ey Wir sind so buggy Alien-Cheffer Die nicht wissen, ob sie zurück- oder vorfahren müssen Jetzt kackt die nicht an Wir sind zwei von Überflöter gegen meine 5.000er Genau Gut, ich bin der Kenntcher Aber bitte verlieren Du hast schon schon geklaut Der Kenntcher Wir werden immer stärker Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Der hat schon neun besiedelte Welten, ne? Der hat selten von dir eingenommen. Hä? Bei mir sieht das so aus, wenn er selten von, also Welten von dir eingenommen hat. Der hat die, keine Welten, die Welten sind er nicht. Aber er hat einfach die Systeme übernommen. Genau. Ich war zu Paul, meine Flotte da durchzuschicken. Ich baue grad ne zweite, die das für sich übernimmt. Ich habe jetzt einen Punkt. Vielleicht habe ich noch einen Punkt. Wir werden immer stärker werden. Kacke, dass ich gerade bei dem System hier nicht reingucken kann. Äh, was willst du wissen? Ach, da fäll mir gerade ein. Äh, vielleicht auch von dem ist gerade beim Knüppel gerade zu mir. Ich fliege gerade zu mir. Ich muss doch noch eine aktive Sensorverbindung mit dir machen. Das ist ja aber trotzdem, oder? Ne. Kommunikation geteilt. Ja, Forschungsvereinbarung machen wir mehr. Ich dachte eigentlich, ich würde das dann da unten auch sehen. Mach mal das andere. Hab ich, ich hab ja beides gemacht. Aber sowas wie Sternenkarte tauschen und so gibt's nicht. Gibt's nicht mehr. Ja. Ich bin da rein. Lässt meine. Ich glaube, Basisport. Nur geht einfach nicht. Pew, pew, Lasershow. Willst du irgendwas wissen? Kann ich dir sagen. Ne, das geht darum, dass ich keine Ansprüche stellen kann. Ah. Der Rest interessiert mich nicht. Ja, musst du einfach reinfliegen und dann kannst du Ansprüche stellen. Äh, wenn aber schon Krieg ist, kosten die mehr. Magie. Ich hab, aber du hast tausend. Jetzt echt mal, guck mal. Ich hab nicht tausend, weil ich das einfach sinnlos immer ausgebe. Ich hab auch nicht, aber tausend und kann grad nix damit machen. Na, ist halt schon wieder seine Flotte aufgeteilt, dieser Idiote. Er bringt ja auch selbst, der Typ. Das kann alles ganz gut sein. Ich will eigentlich den Freibeuter schicken, glaube ich, dafür brauch ich 60. Und die hab ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich den. Ich repariere hier erstmal. Prototyp mir ab. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist los? Sind die Schiffe gebaut worden? Wahrscheinlich. Der Shad noch am Leben? Ja, ich denke mal schon. Gut, Dragon sagt nein. Ich weiß es ist Stellaris, es ist schwer dem zu folgen, wenn man das Spiel nicht kennt. Das habe ich noch nicht gemacht. Gleich habe ich mal eine Woche durch. Jetzt ist der mit seiner Flotte an meiner großen Flotte vorbeigefangen. Jetzt ist durch mein ganzes Gebiet gerauscht und jetzt habe ich Kriegsmöglichkeit 100 ey. Das ist ein Nerv. Also läuft bei dir alles perfekt. Oh scheiße. Ups, meine andere Flotte ist tot. Tja, da ist immer noch das Kristalline verderben. Aktiv. Kannst du nicht umsiedeln? Bitte? Hast du umsiedeln früher gezwungenermaßen? Nein, ich habe den Planeten erst mal verlassen. Ich habe jetzt nicht noch mal ein neues Forschungsbaum, äh, Schiff gebaut. Du hast es schon vorher gemacht, bevor ich es vorgeschlagen habe. Ja, ich habe den schon vorher verlassen. Hm. Ich habe irgendwelche Ziehkräfte. Ich habe voll viele seltene Dinge, äh, schon wieder ein seltenes Ding. Mein Forscher ist gestorben vom Schiff. Ja, weil ich jetzt gerade die Möglichkeit hatte, irgendwie mit 50% Chance so ein Hyperraumstrudelforschung zu bekommen. Hyperraumstrudelforschung, so. Seine größte Kreativleistung war heute, sein Volk Mittwoch zu nennen. Sieht heute nicht so fit aus. Ja, ich bin auch ein bisschen, äh, müde. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir. So, da unten kommst du nicht hin. Hä, WTF? Achso. Okay. 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 Ich habe eine Alienraumstation entdeckt. Voll geil. Aber nicht die, wo du gegen kämpfst immer wieder, oder? Nee, das ist so ein Durchgang, so ein Portal-mäßig. Ich kann es ja mal vorlesen. Verschleierte Tunnel. Wenn ich nicht... Ah nee, du hast ein bisschen Connection-Problem gerade, glaube ich. Ich habe Husten. Achso. Ach, das filtert der raus, wenn du hustet. Krass. Discord sagt dann, hör auf zu husten. Hahahaha. Irgendwas wartet im Korwal-System, ein Verschleiterdurchgang, der aus dem Gefüge der Raumzeit herausgeschnitten wurde und dessen Horizont sich nur so vor zionischer Energie kräuselt. Die Sensoren schwanken, doch der Schwarm ist in Aufregung. Wir haben den Eindruck beobachtet zu werden und spüren, dass hinter der Tunnelöffnung etwas auf uns wartet. Trotz des frustrierenden Mangels an brauchbarer Telemetriedaten scheint klar zu sein, dass wir auf einen Tunnel gestoßen sind, der durch unser unbekanntes Gebiet führt. Es ist ein gefährlicher Fahrt, doch der Lohn könnte groß sein. Auf der anderen Seite des Tunnels liegt ein weiter entfernter Winkel der Galaxie. Danke. Bitte. Bin ja nicht cool. Du bist super, danke fürs Vorlesen. Status quo. Äh, hab ich was gekriegt? Ich hab was gekriegt. Warum hat er nichts gekriegt? Warum ist die Siedlung, warum ist das nicht komplett erforscht? Ja, ich hab das ganze System erkundet. Man hätte dieses Volk auch nach Dienstagland nennen können. Natürlich. Hört's auch sagen können, zwei Tage nach Montagland. Jeder wie er mag. Ich hab Systeme eingenommen, die hab ich gekriegt von ihm. Er hat auch ganz viele Systeme bei mir eingenommen. Und er hat kein einziges gefilmt. Ja, aber ist, äh, weiß ich nicht. Ich weiß es auch. Wie hast du eigentlich die Karte von dem freigeschaltet? Oder hast du lieber 50 Spionage einfach bekommen? Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hatte schon mal 50, ich hatte sie... Mitte beschaffen. Vielleicht, weil ich Informationssammeln gemacht hab und hab vielleicht mal dadurch einfach die Karte gekriegt. Da hab ich ne Durchbruchchance von 0%, also kann ich das eigentlich vergessen. Äh, ich mach die trotzdem immer. Joa, aber das ist ja nur ein Durchbruch, ist ja... Danke Merovinger für das Verschenken von nem Sub an die Community. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich Mitte beschaffen gemacht hatte oder so, die da durchgekriegt hab. Aber ich hab keine Ahnung, ich bin auch nicht so in diesem System drin. Das hab ich letztens... Das ist aber ne Random gemacht, wirklich. In welchem System? In dem Stellaris? In dem Spielsystem? Ja, keine Ahnung. Ich hab das nur gemacht, weil... Ähm... Also hier hab ich's nur gemacht, weil ich auf 60 Spionage kommen wollte. Infiltrationsstufe, um den Freibeuter zu schicken. Oh, ich bin nie so hochgekommen. Ich glaube, das war Mittel beschaffen oder so. Irgendwas? Keine Ahnung. Ich soll doch... Ich glaube, er hält, wenn ich's nicht weiß. Du bist nicht im Spionagesystem so richtig drin, das wolltest du sagen. Am Anfang. Ja... 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 Da will ich mich dann... Ich hab... Und ich hab's nur gemacht, weil ich halt... Wenn man mit 60 kommt... Inbürtige Flotte! Ja... 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 Aber jetzt hab ich auch keine... Informationen mehr über die Flotte und so. Woher hatte ich so Informationen über Flotte? Oh, keine Ahnung. Bin überfragt. Ja... Ja... Na... Ja... Sind die Flotte und die Flotte... Sind die Flotte schon alle befestigt? Die Flotte wurde fertig. Ja... Die Flotte wurde verargeriert. Was haben wir denn hier oben noch? Da ist das Kolonierschiff da unterwegs. Du kannst schon mal hier rüberziehen, das ausbauen. Ja, sonst kann ich nur meine Flotte im Moment noch höher ziehen. Damit ich auch mal Krieg machen kann. Hm. Hm. Wie komme ich zu der Ehre, dass du ein Geschenksab bekommst? Du hast das Geschenksab wahrscheinlich random bekommen. Jetzt habe ich auch die Forschung mit den Hyperrelais. Ja, die kosten aber auch ein bisschen. Brauchst du 100 seltene Kristalle, ein bisschen Einfluss und 350 Legierungen. Oh lol, gibt es sowas älter? Also auf dem Schleier, der Schleier ist auf jeden Fall weiterentwickelt worden. Wahrscheinlich, wenn jetzt als ähm, ja. Aber du hast doch gar nicht mit dem Schleier gestartet, oder? Nö, aber ich krieg irgendwie eingehende Eintragung von, ja irgendwie heißt der. Von irgendwie. Das ist glaube ich auch so eine Station wie die Händler und so. Ja, Schleiergangklave ist das. Schleiergangklave ist das. Schleiergangklave. Und hier. Sind nicht oben noch zwei Systeme, die... Ja, komischerweise hat der andere die nicht für sich beansprucht. Ich finde auch ein bisschen, ist auch ein bisschen merkwürdig. Die Flucht wurde aufgeräumt. Wann muss wir in der Forschung abstinken? Okay, wir haben jetzt... Natürlich hat die KI ein paar Boni, aber wir haben ja unser Forschungsabkommen schon lange und das macht ja eigentlich einen relativ hohen Bonus. Glaube ich. Nein, ich will keine seltenen Kristalle für den Bewohner von mir. Geh weg! Das werden meine Leute auch nicht so geil finden. Wahrscheinlich ist ne Söldner... Also ist ne Söldnerflotte sowas wie ne Freiborterflotte früher. Vielleicht verdient sie Geld oder so. Vielleicht. Die gehen dann halt los und ärgern Nachbarn. Ja. Dank fürs Folgen Asterix. Hol mal Obelix dazu. Dann haben wir ne gute... Die gleiche Witzwürdig auch. Und Idefix sollte bitte auch kommen. Idefix ist ein sehr süßer Hund. Obwohl die Originalrasse nicht so toll ist. Heute wieder Kultur. Ja, es ist heute Kultur. Weil die Flasche lässt sich nicht richtig schließen vom Hugo. Mein Kühlschrank stinkt nach dem Hugo und deshalb muss ich den austrinken. Was für ne schlimme Ausrede, oder? Ist ja so schlimm wie in meinen jungen Jahren. Warum trinken wir heute? Weil wir aufgestanden sind. Yeah! Nein, irgendwie hat der wirklich in meinen Kühlschrank getropft. Ich musste vorher meinen Kühlschrank sauber machen deshalb. Intellectual Booty. Wir haben aber ein paar interessante Erklaven reingetan finde ich. Viele Söldner Klaven enthält plus 10 Flotten Kapazität. Söldner Dividenden treten häufiger auf. Nein. Ich kann mich mit dieser Thematik jetzt nicht auseinandersetzen. Alles Gitarre. Mein Gott mein Hund liegt hier wieder halbtot. Hör aber sein Körbchen. Einlagen zum Defensivabkommen. Wer ist das? Der links von mir. Das mache ich sogar. Mit dem Rallatec. Weil da ist ja nicht mal eine Ausrichtung, darüber zu expandieren. Aber ist bei Hugo schlecht nicht der Auslieferungszustand? Es ist blau. Es ist natürlich die Frage, ob blau ein schlechtes Zeichen ist für Getränke. Ich muss mal langsam anfangen, meine Sachen zu spezialisieren. Ich habe an einem Planeten immer keine Ahnung, was ich für ein Geweite bauen soll. Nee, das ist ja, am Anfang mache ich immer so einen Mix, aber irgendwann fange ich dann an, wenn die Ressourcen, sage ich mal, eh viel vorhanden sind, die zu spezialisieren. Weil dann kriegst du ja 15 oder 15% Bonus, wenn du die Welt spezialisierst. Auf die Produktionslachen, das lohnt sich halt dann schon. Aber jetzt gerade... Ich habe auch so gar keine Planeten für mich gefunden, ne? Was hat der? Aber der hat schon Hyperrelais gebaut. Hey, der hat es gar nicht eingeblendet gehabt, dass der weitermachen soll. Also manche Forschung kriege ich gefühlt voll häufig. Es ist geil, dass du so wenig Follower hast, obwohl du schon so lange auf YouTube unterwegs bist. Ich bin eigentlich nicht unzufrieden mit den Followern. Und ich finde das überhaupt nicht wenig. Auf der Gamescom wissen die meisten sofort, wer ich bin. Du bist doch der komische Typ mit den roten Haaren früher. Ja, richtig. Ich zerstöre schlechte Spiele in meinen Videos. Deshalb ist es alles gut. Sowas ist auch immer relativ. Mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Aber zur Zeit läuft es eigentlich ganz gut. Ich bin auch eigentlich ganz gut motiviert im Moment. Lass mal, jetzt bist du auf dem Weg hierhin gestorben. Ah ne, ich kann das Projekt trotzdem erforschen. Ja, die kennen dich aber leider alle von Tinder. Mit dir hätte ich doch mal ein Match. Das wäre richtig geil, ey. Aber auf Tinder hast du einfach, glaube ich... Also, ich habe da nur einmal, glaube ich, ein richtiges Gamer-Girl gefunden. Ne, man trifft mich nicht und sagt, aber Imperator... Das hat, glaube ich, noch niemand gemacht. Das Schönste war, da hat mich so ein kleiner Junge gefragt, ob ich irgendwann mal EO4 spiele. Das war aber nicht Marv. Der hat mich auf der Gamescom angesprochen und gemeint, ja, da habe ich ein Autogramm haben und ich finde deine Sachen ganz toll. Wäre cool, wenn du EO4 spielst. Da habe ich so gedacht, hm, der ist doch höchstens neun Jahre oder zehn Jahre. Der will doch nicht, dass ich EO4 spiele. Ja, 100k machen wir irgendwann mal. Ah, da ist die Wurmloch-Reise. Dann kann ich gucken, wo mein Wurmloch hinführt mal. Aber ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ah, okay. Krieg drei Forschungs... Also in jedem zwei Forschungspunkte. Ja, 100.000 wäre schon cool bei dir. Natürlich wäre es cool. Das ist auch das Einzige, wo ich YouTube mal direkt schreiben werde und sage, äh, wo ist mein Button? Ja. Würde ich auch mal mit. Also, früher war der Einfluss so... Ja, früher hat man so Einfluss... Äh, ich brauche mehr Einfluss. Jetzt habe ich die ganze Zeit durch den 1000 und denke mir so, wo soll ich mit dem Scheiß hin, ey? Ähm, richtig. Weil du hast den Einfluss für die Erlasse gebraucht und alles das brauchst du nicht mehr dafür, sondern benutzt dafür das Einigkeitszeug. Genau. Kann man auch irgendwie nicht mehr zufrieden sein. Hm. Ich war der kleine Junge auf der Gamescom, jetzt bin ich 35. Das ist nicht lang... Das ist nicht lang genug her. Machst mit 100k ein eigenes Modelabel auf. Ich mach da mal eine eigene T-Marke, die du bestellen kannst. Nice. Da bin ich beide, finde ich gut. Imperant le Trove... Äh, T. Aus T, der zuerst über Bord geschmissen wurde in den Rhein, dann wird der rausgefischt und dann wird der verkauft. Das macht den Tee erst richtig lecker. Ist mein Herrscher jetzt schon wieder gestorben? Naja, das wird ein Vorteil, wenn man mit Schwab ist. Ja, man, unsterblichen Herrscher. Kriegst Eintritt beim Bündnispartner. Ja, Rallaketh wird angegriffen vom Interstellar Union. What the fuck? Was ist das da für ein Großer in der Ecke? Oh, der hat ja richtig Glück gehabt. Der Rallaketh? Ja. Mit dem habe ich ein Bündnis. Ja. Also Defensivbündnis. Haben wir überhaupt, ähm... Nö, wir haben sowas nicht. Nein, das weiß ich. Ähm, gefallene Reiche hast du reingemacht oder rausgefasst? Eins müsste es geben. Ist im Tee auch pulverisiertes Extrakt aus deinem Badewasser drin? Äh, es ist... Äh, es ist... Verklumptes... Verklumpte Essensreste von Balthasar, die aus deiner Schnauze fallen, wenn er was isst. Ich bin froh, immer die Köstlichkeiten meiner Region mit euch zu teilen. Hat Balthasar auch reingepupst? Das ist immer schwierig, den richtigen Moment abzuwarten. Deshalb können wir nicht, äh, für jede Flasche einen Pups garantieren. Aber wir versuchen natürlich, ähm, dieselbe Qualität für alle unsere Produkte zu erreichen, um sie letztendlich an Nestle zu verkaufen. Ist das einfache, LeMobs? Kannst du auch bei Rewe kaufen. Hervorragend! NAMEN-Schocker! NAMEN-Schocker! Was macht ein Hyper-Relais? Ah, ich baue einfach eins. Naja, es macht schnellere Reisen, aber brauchst du mehr als eins. Achso, wie ne... Achso. Ach, warum haben wir das nicht Autobahn genannt? Was für ein Unsinn. Schon okay. Wir kommen in die Nähe der Mitkrise. So was ich mitbekommen habe, pupst ja oft genug in deinen Schoß, aber in meinem Schoß kann ich das ja nicht konservieren.